Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich hab heute Jan Klose zu Gast. Du meinst, das ist grad schon ein toller Teaser. Ja, super. Bin schon sehr gespannt. Nächstes Mal nehmen wir auch einen auf, oder? Auf jeden Fall. Da wissen die Leute im Voraus, dass wir noch mehr tolle Leute auch zu Gast haben und nicht nur Panzerfahrer. Ja, Jan Klose ist von DEC13 unter anderem die Firma, die für ANK damals, oder wie spricht man das richtig? Haben schon ein paar Leute ANK auch gesagt, aber es ist ANK einfach. Auf Wiki steht ANK. Und dann dachte ich so, ne. Was? Wir müssen das sofort korrigieren, wenn ich kurz den Computer haben dürfte. Ja, gern unseren Social Media Computer. Genau. Das erste Spiel war 2005 und dann habt ihr mit den zwei Jahren da drauf direkt nochmal zwei Fortsetzungen draufgelegt. War ganz toll ein Spiel. ANK 2 und 3. ANK 2 und 3, genau. So, aber was wir gerade in einem Gespräch erfahren haben, ihr macht ja nicht nur Spiele, sondern ihr vertreibt... Ja, also eigentlich Publishing oder wir sagen auch Partnerschaft mit anderen, weil wir nicht jetzt klassische Publisher sind. Also wir machen nicht diese ganze Sache, wir suchen ein Spiel, wir finanzieren das und begleiten die Entwicklung. Wir sind ja selber Entwickler, aber wir helfen dabei, das auf verschiedenen Plattformen rauszubringen. Also zum Beispiel jetzt auf Steam rauszubringen, wie es jetzt mit Obliteracers ist, was wir uns ja dann gleich anschauen werden. Oh, ich hab's gespoilert. Und auch auf Konsolen und wir begleiten Teams, die halt viel kleiner sind als wir, aber wo wir denken, wir wissen, wie die sich fühlen und wir wissen, wo wir ihnen helfen können. Genau, machen Marketing für sie, PR, wir helfen ihnen bei der QA, also Spiele testen und Fehler finden und so weiter. Wir helfen ihnen dabei, auf die Konsolen wirklich zu kommen mit diesem sogenannten Submission-Prozess, wo man sagt... Wie schwer ist das und wie lange dauert das eigentlich, wenn ich jetzt so ein Spiel habe? Ich mach mal echt kurz den Ton aus, das irritiert mich. So, wartet mal kurz. Ihr kennt das ja. Wie schwer ist das eigentlich, wenn ich jetzt ein Spiel habe, das später auf eine Konsole jetzt zu porten? Wie lange dauert das? Früher war das total schwierig, als man irgendwie seine eigene Engine geschrieben hat und alles selber machen musste und sagen musste, wie geht überhaupt jetzt die Grafikanzeige auf so einer Konsole? Hab ich noch nie gemacht. Das hat sehr lang gedauert. Teilweise hat das irgendwie ein Jahr gedauert oder so. Jetzt, wenn man eine andere Engine verwendet, so wie zum Beispiel die Unreal Engine, dann geht das relativ schnell. Also dann kannst du das manchmal einfach so machen, dass es schon läuft, aber dann fehlen halt ganz viele Details. Wie genau, wie gut funktioniert der Controller bei der Konsole? Ach so, das heißt quasi... Wie sagt man das denn? So die Standards, die man braucht, um ein Konsolenspiel auf eine Konsole rausbringen zu können, die gehen relativ schnell? Genau, wenn du es auf einer Plattform schon hast und du tust es auf eine andere und du hast halt sowas wie Unreal, geht es sehr schnell. Nur das Ingame müsst ihr dann quasi. Das dauert länger dann in der Anpassung. Ja, bis es wirklich genau richtig gut funktioniert oder irgendwas mit der Grafik, das wird nicht so gut dargestellt oder es ist zu langsam, da muss ich mir irgendwas ausdenken, um das anzupassen. Das kann schon ziemlich lang dauern. Und es gibt so Eigenarten, wie dass du eine bestimmte Prozedur brauchst, wenn der Controller rausgezogen wird, muss ein Fenster auftauchen, wo steht, Achtung, der Controller wurde rausgezogen, das Spiel muss pausieren, du musst ihn wieder reinstecken können und das Spiel läuft weiter und sowas. Was vielleicht auf dem PC total wurscht ist, wenn du das Spiel rausbringst. Aber Microsoft sagt zum Beispiel, das muss jedes Spiel haben, was rauskommt. Und so gibt es so ganze Listen, die man dann noch beachten muss. Wir spielen ja heute zwei Spiele, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Wir spielen heute in der ersten halben Stunde Obliteracers und in der zweiten halben Stunde Shift Happens. Das wird super, es wird vor allem sehr bunt und es sind, ähm, doch Multiplay. Das erste ist ja ein richtiges Multiplay und das zweite eher ein Koop-Spiel. So, das heißt, wir fahren jetzt erstmal eine Runde um die Wette. Was war denn, solange ich jetzt wieder den Ton anmache, was war denn bei Obliteracers so das Element, was ihr am längsten anpassen musstet? Bei Obliteracers war es tatsächlich so, das ist vom australischen Team und die sind, ähm, die heißen Vakian Studios, beziehungsweise hießen sie sehr lange Space Dust Studios. Die haben sich gegründet von lauter Veteranen, Spieleentwicklern. Oh, da hast du mir mal die Liste erzählt. Ja, Tomb Raider, Battlefield, Need for Speed, was war es? Burnout war dabei. Und haben jetzt ihr eigenes Studio gegründet und gesagt, wir wollen jetzt mal unser eigenes Ding machen. Haben sich halt den Racer dafür ausgesucht und die konnten das alles schon sehr, sehr gut. Da war es eher so, dass wir wirklich gesagt haben, wir haben es noch ein bisschen gespielt. Der eine Modus ist vielleicht noch ein bisschen zu langweilig. Wir haben eine Idee, wollt ihr nicht noch das und das Feature einbauen? Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, können wir mal versuchen. Und haben dann selber sich das noch viel weiter überlegt und haben vor allem das, was wir jetzt auch spielen werden, noch dazugefügt, dass du immer in diesem Rennen drin bleibst. Davor hatten sie das mehr Runden basiert. Das heißt, einer hat gewonnen, dann kriegt der Punkte und dann geht es weiter. So wie man es von Rekt kennt. Ja, genau. Wo es eigentlich viele Spiele auch machen. Aber wir haben gesagt, es müsste auch irgendwas sein, wo du immer im Spiel drin bleibst, wo es einfach immer weiter und weiter und weiter geht. Bin ich aber mal gespannt. Und das spielen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Und ja, gucken wir mal rein. Ich habe es einfach mal gestartet. Mach du mal, weil du weißt ja, wo die ganzen Modi drin sind. Ja, also auf jeden Fall Duell. Mal gucken, wer von uns hier der bessere Racer ist. Wir spielen mal offline. Man kann es auch, wie gesagt, man kann hosten, man kann eine öffentliche Session erstellen, wie man will. Das coole an dem Spiel ist, es können nicht nur online auf ihren eigenen Computern bis zu 16 Leute spielen. Das ist so krass mit 16 Leuten. Auf einem Bildschirm. Ich weiß noch, wie chaotisch das war, als wir mal zu viert oder zu acht irgendwas gespielt haben. Mit 16? Ja, das wird sehr lustig. Und das Verrückteste ist, du kannst mit 16 an einem PC vor einem Bildschirm spielen. Du kannst natürlich nicht 16 Controller anschließen. Aber nicht im Splitscreen. Also alle auf einem Bildschirm. Wir machen das jetzt hier mal nicht ganz so wild. Wir machen hier mal vier Spieler erst mal, damit wir ein bisschen reinkommen. Und die Bots machen wir mal ein bisschen zu Anfängern, würde ich vorschlagen. Oder willst du gleich hier Profis haben? Wir lassen mal Anfänger für die erste Runde. Wir probieren es dann, genau. Und ja, legen wir einfach mal los. Wir können ja uns noch eine Strecke aussuchen. Du kannst ja mal eine Strecke aussuchen. Guck mal hier. Okay. Willst du eher hier so ein bisschen so Beach-Party oder im Monsunsturm? Oh, das sieht ja cool aus. Oder hier. Beach in der Nacht. Oder hier gibt es noch ein paar Fabrikgelände. Schnee finde ich auch ganz toll. Schnee. Da driftet man ziemlich viel am Anfang. Das ist vielleicht ein bisschen gemein. Driften war immer meine Lieblingskategorie. Aha. Okay. Ich habe immer alle Driftrennen zuerst gemacht und dann mich um die anderen so gedrückt. Oder hier so ein Sandsturm-Ding. Das sieht ja toll aus. Dann nehmen wir den Sandsturm. Okay, nehmen wir den Sandsturm und legen los. Und ja. Ich habe schon einen Lieblingscharakter. Ah, du bist Sarge? Nein, ich wollte nicht Sarge sein. Achso, du bist jetzt der. Okay, dann such mal jemand aus. Ich geh mal hier rein. Okay, du bist Chick. Ich bin Sarge. Und man kann halt ziemlich viele, ziemlich durchgedrehte Figuren sich hier auswählen. Ich geh zurück zu Sarge. Ähm. Und dann können wir auch schon starten. Und ähm. Alright. Dann ähm. Schauen wir mal. Das ist jetzt ja ein bisschen abgewrackter Wüstentrack. Und ja, relativ einfach zu steuern. Wir beschleunigen hier unten RT. Und ähm. Ja, ansonsten. Bremsen brauchen wir ja nicht. Ne, Bremsen ist ja RT. Und ähm. Ansonsten mit X kannst du Sachen abfeuern. Die musst du aber erst aufsammeln. Und mit Y kannst du sie wieder wegschmeißen. Und wenn du deine Energie wieder aufladen willst, dann fährst du über die Dinger drüber und hältst Y gedrückt. Und Y ist auch noch dein Feld. Du sagst mir dann... Ich sag dir das Bescheid. Zuerst werde ich alles zu meinem Vorteil nutzen, dass du das noch nicht weißt. Und sagst mir, ich soll die Mienen bei den Mienen immer... Genau, ja. Immer schön über die Mienen drüber. So, also ich bin hier der in diesem kleinen Panzer mit der Eins drauf. Und ich schnapp mir jetzt hier was. Ich hab jetzt diese tolle Rakete. Ich hab jetzt Y gedrückt und ich hatte volles Leben. Ich bin hier. Und die kann ich halt abfeuern jetzt hier. Zack. Und jetzt hab ich schon mal einen erwischt. Ich hab so'n Füll. Einsprung. Ich hab's nicht geschafft. Hast du's geschafft? Ich bin noch da. Wo bist du? Ich komm wieder rein jetzt. Das ist das Besondere an der Rennmethode. Was hab ich gemacht? Ich hab gewackelt. Du musst jetzt einfach die meisten Punkte hier sammeln. Ich hab die Mine erwischt. Ich glaub du... Na, ich fühl trotzdem schon. Ähm, so. Jetzt bin ich vorne. Ich hab jetzt so ne Ampel auf dem Rücken. Was macht die? Ähm, das sind Minen, die du legen kannst. Du kannst zwei Stück dann ablegen. Und die treffen dann so Leute wie mich, weil ich gerade hinter die herfahre. Das heißt, es macht schon Sinn vorne mitzufahren natürlich, weil ich sonst keine Extras kriege. Ähm, es macht aber auch Sinn hinten zu fahren, um andere Leute abzuschießen. Aber wenn ich zu weit hinten fahre, dann werde ich aus dem Spiel rausgedrängt. Was natürlich auch wieder blöd für mich ist. Was ist das für ein Föhn jetzt wieder bei mir auf dem Rücken? Du hast einen Föhn. Ähm, probieren doch einfach mal aus. Nein! Ich kann nicht gleichzeitig reden, gucken und spielen. Das ist gar nicht so leicht, ne? Das Play ist gar nicht so... Ja, wie machst du das immer? Ich versteh das gar nicht. Ich versteh das auch nicht. So, ich hab hier diese tolle Rakete geholt. Die Haifisch-Rakete. Die ist natürlich das Beste. Aber dafür muss ich mich jetzt ein bisschen nach hinten positionieren. Und von hinten raus schieß ich die Rakete ab und hab einen ausgeschaltet. Hoffentlich nicht dich, oder? Ich weiß nicht. Ich hab mich selber gerade ziemlich erfolgreich an der Brücke ausgeschaltet. Das wär mir nicht passiert hier gerade. Schade, dass Ben nicht dabei ist. Gerade weil Ben ist richtig gut im so Racing-Spielen. Dann ist es gut, dass er nicht dabei ist. Nein, ich bin an die Mine gefahren. Mache hier alles absichtlich, um dich nicht schlecht dastehen zu lassen. Jetzt hab ich... Achso, das ist natürlich. 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 So, wo bist du noch mal überhaupt? Ich weiß, auf wen ich zielen muss. Ganz vorne der Pink-Club-Wengen bin ich. Ach ja, ganz vorne. Ah, hier, guck mal, wer ist denn die 21? Keiner mehr. Okay, ich seh gerade, du bist Nummer 7. Check, da drüben bist du so. Oh, ich hab ne Tonne. Ja, die Tonne, die macht hinter dir so ne Schleimspur. Die hast du jetzt auch schon mal gut ausgelöst. Ich hab hier diesen lila Raketenwerfer. Da ist auch gut, den einfach mal hier auf euch abzuschießen. Und ähm... Eigentlich müssen wir jetzt... Nein! Ich liebe es, wenn ich einfach so richtig absetze. Oh, du bist aber hier Platz 1 gerade geworden. Jetzt muss ich dich natürlich weg... Aber ist Platz 1 nicht gerade Platz 1? Äh, ne, guck, du siehst da ganz oben, siehst du Check stehen. Ähm, und ähm, du hast die meisten Punkte. Bei der Art von Rennen zählt, wer die meisten Punkte hat. Wofür krieg ich denn alles Punkte? Du kriegst hier Punkte, indem du andere Spieler eliminierst. Das heißt, deswegen macht es Sinn, wenn man nicht... Ja, sehr gut, dann lohnt sich das ja richtig. Ich hab mich die ganze Zeit so zurückgehalten und die sparsam verwendet, wie bei Mario oder so, wenn man sich das aufhebt. Nee, nee, nicht sparsam verwendet. Natürlich kannst du es auch, aber es macht tatsächlich Sinn, einfach mal alles auszuprobieren, was man hier erwischt. Man kann natürlich auch springen, wenn man über diese Dinger drüber fährt. Ähm, so, jetzt hab ich auch was Nettes hier. Das ist eine Schockwelle. Ja, danke. Hab ich das gerade erwischt? Ich glaub schon. Ah ja, und jetzt hab ich die tolle Heifisch-Rakete wieder, aber es hat noch nicht gereicht. Ah ja, und jetzt bin ich zum Beispiel hier so verwundet, aber jetzt nehm ich mein Schild, fahr hier drüber und hab neues Leben bekommen. Ich find's total super, dass wenn man erster im Ranking ist, dass man dann noch direkt nach vorne katapultiert wird nach dem Ausscheiden. Das ist nett, gell? Ja, das find ich sehr nett, ja. So, ich wollte mich hier jetzt grad ein bisschen verbrutzeln, aber es hat leider nicht funktioniert. Jetzt hab ich irgendwas ganz toll. So. Oh nein, ich wollte grad meine Waffe ausprobieren. Ich hatte grad diese gelbe Waffe, die so aussieht, als hätte ich ganz viele Gasballons. Ja, die gelbe ist das Barbecue. Die röstet Gegner links und rechts von dir. Und da muss man dann nah ran, um die zu benutzen. Ich hab jetzt die Minen gerade aufgesammelt, die kann ich nach hinten schmeißen beide. Du musst auf jeden Fall mehr Leute schädigen hier. Ich muss mehr Leute schädigen. Die reden die ganze Zeit. Ich bin ganz hin, ich bin auf dem letzten Fall. Ja, und ich fliege auch die ganze Zeit. Was für eine Unverschämtheit. So, hier, jetzt werden wir ein paar angebrutzelt. Hast du schon mal Bremsen gedrückt bei diesem Spiel? Nein, nein. Das würde ich auch niemals tun. Okay. Ich sammle lieber noch eine Haifischrakete. Und das habe ich doch irgendwen erwischt. Und mich selber auch noch. Aber ist egal, es geht um die Punkte. Ich habe einen Föhn. Ich bin immer noch ganz hinten. Aber das werde ich jetzt ändern. Ja. So. Wo bin ich? Hat das gerade jemand gesehen? Ich bin einfach so eine Wand hochgefahren. Nein. Ich bin auch schon wieder raus. Das ist eine Unverschämtheit. Da können aber auch Freundschaften dran zerbrechen an solchen. Ja, ja. Das kann passieren. Der schießt denn hier gerade auf mich? Was ist denn Unverschämtheit? So. Ich brutzel jetzt hier. Deswegen muss ich mich jetzt wieder aufladen mit dem Stück. Nein, wer hat mich abgeschossen. Ja. Eine Frechheit. Ich bin nur am Punkte sammeln. Ja, der Hermann hat hier gleich gewonnen. Und nicht wir. Das ist ja auch eine Frechheit. Da haben wir die Bots doch auf einfach gestellt. Ich bin Hermann. Das ist einer von den Bots. Das ist der mit der 2 drauf. Und der schießt schon wieder auf mich. Okay, okay. Nee, das war ich. Ach. Eine Unverschämtheit. Da ist Hermann nicht schuld. So, ich schieße jetzt mal jemanden ab. Komm. Komm, Freunde. So. Gucken wir jetzt. Wen habe ich erwischt? Vielleicht kriege ich den noch, den Hermann. So. Sarge holt auf. So. Ja, wir müssen jetzt nur gucken, dass der gute Hermann keine Punkte mehr macht. Ich muss ein bisschen langsamer werden, weil sonst kann ich ja gar keinen abschießen. Das ist ja. Genau. Man kann sich dann kurz zurückfallen lassen. Man darf sich natürlich nicht zu weit zurückfallen lassen. So. Irgendwen haben wir gerade erwischt. Und ich brutze hier ganz schön. So. Endlich schön die KI überholen. Ich bin stolz auf mich als Anfänger KI Level. Sehr gut. Sehr gut. Ah. So, ich habe mich geheilt. Das kann man immer mal machen. Das geht ja. Man drückt so den Schild. Das ist jetzt blöd, wenn ich es nochmal mache. Aber jetzt nur mal, um zu zeigen, wie es geht. So geht es. Obwohl, vielleicht warst du das mal ein paar Punkte gekriegt. Und jetzt kann ich mal, na guck, das ist das Problem, wenn du zurückfällst. Dann kannst du natürlich auch so ein Spiel hinten rausfliegen. Und dann sind zumindest alle deine toll gesammelten Waffen wieder weg. Aber du kriegst ja neue. Boah, ja super. Jetzt bin ich hinter euch allen. Ja. Und du schießt auf uns. Eine Frechheit. Hast du gesehen, wie er mit der Faust gerade gewackelt hat? Ja. Das war ziemlich wütend. Das spiegelt mich als Fahrer sehr gut wider. Wie bist du so als Autofahrer? Ja, ich schwimm auch gerne. Nicht seit ich kleine Kinder drin habe. Da muss ich mich immer zurückhalten. Und man kann die Leute in die Minen schubsen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, danke. Danke hast du gerade mit mir gemacht. So, Chick hat gewonnen. Respekt. Respekt. Ja. Und ich habe mich immerhin von dem vierten noch auf den dritten vorgekämpft. Jetzt können wir mal ein bisschen, wenn du willst, noch mal eine viel chaotischere Runde spielen. Sehr gerne. Wo man sieht, wie das Wasser so passiert. Wir können auch noch mehr. Jetzt schon? Ja, dann. Nee, wir machen jetzt noch keine Werbung. Hier sieht man noch mal eine coole Auflistung. Chick hat gewonnen. Hermann war die Kampfsau. Ich habe immerhin möglichst viele Waffen aufgesammelt. Und Captain Fisk konnte als größter Noob niemand überzeugen. So kriegt jeder noch seine kleine Auszeichnung mit am Schluss. Schade, dass hier nicht noch mehr gerade sind. Das ist ja noch viel intensiver das Erlebnis, wenn mehr Leute tatsächlich da sind. Du hast gesagt, man kann auch sein Handy anschließen. Man kann sein Handy als Controller anschließen und sein Laptop und alles, was man so dabei hat. Und kann sich bis zu 16 vor einem PC versammeln und sich mit anmelden. Lenke ich dann durch Schwerkraftverlagerung vom Pad? Nee, du hast einen virtuellen Controller dann da drauf oder auch, wenn du die Tastatursteuerung haben willst, eine virtuelle Tastatur, wenn jemand unbedingt will. Okay. Also das sind so die zwei Einstellungen, die man auch machen kann. Aber eigentlich braucht man hier nur Gas XY. Genau. Viel mehr ist nicht notwendig. Komm, wir machen eine ganz andere Strecke. Gerne. Was hast du vorhin gesagt, was dir gefällt? So ein Schnee-Ding? Entweder Schnee oder die Nacht fand ich cool. Und wir können ja mal gucken, wie viele Spieler wir noch dazu nehmen. Bis zum Teil. Achso, wo war denn hier? Warte mal, das hatten wir schon. Ja, oder wir machen die Bots mal ein bisschen schwieriger, obwohl die haben uns eigentlich gerade schon ganz schön zugesetzt. Ja, wenn man redet, das wird ja wirklich unterschätzt. Wir können mal einen anderen Spieltyp machen einfach. Wir können mal einen Knockout machen. Da sieht man, wie das mit den Runden funktioniert. Da ist es nämlich so, wie man die Runden sieht, wenn du andere Leute ausschaltest, dann kriegst du Punkte. Und hier gibt es immer eine Runde, bis alle erledigt sind sozusagen. Wechseln wir dann die Map immer nach der Runde? Nee, nee, wir haben immer sozusagen Checkpoints da drin in der Runde. Wir können es einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Und jetzt haben wir immer noch die gleichen Fahrer. Das ist auch gut, denn dann lernen wir, wer wir sind. Lernen wir mehr über uns selbst. Genau, wir haben so einen Selbstfindungsprozess jetzt. Hier kann man auch noch ein bisschen mit dem Stick rütteln, dann sieht man, welche Nummer man ist. Ich bin die Eins. Das ist alles so geblieben, wie es vorher war. Und jetzt mal Schluss mit Erklärungen. Jetzt werde ich mal hier auf die Pole versichern. Das kann ja nicht sein, dass ich hier ganz hinten lande. Mal gucken, wie sich diesmal unsere beiden Robotfreunde Herman und Captain Fizz schlagen. Herman! So, Armin! So, die Stelle ist halt fies und da rutscht man jetzt auch ziemlich viel. Yamin, genau. Oh nein! Genau, und jetzt, was du jetzt machen kannst, siehst du dieses Dings da? Kann ich die abschließen? Ja, du kannst jetzt noch mich, du kannst die Verbleibenden jetzt abschießen. Jetzt kannst du keinen mehr abschließen, weil der jetzt erstmal gut war. Aber ich habe schon einen Punkt gesammelt, immerhin. Und dann geht es weiter. Ist das auch bei Rekt so, dass man, wenn man raus war, die anderen zumindest behindern konnte noch durch irgendwas? Ja, kann sein, habe ich gar nicht gespielt. Aber ich finde das ganz cool. Oh, jetzt habe ich endlich das gelbe Zeug. Nein, alle meine Raketen haben dich verfehlt. Was für eine Unverschämtheit. Wie ich so gut gezielt und dann das. Genau, du schießt natürlich nicht auf mich. Wer bist du denn, die Eins? Nein, ich bin gar nicht mehr drin. Ja, ich bin die, ich bin die Eins. Ich habe dir kurz geglaubt. Ich bin die Eins und ich stehe ganz vorne. Und ich bin ins Eiswasser gestürzt. Dabei habe ich auf zwei gezielt. So, und gleich geht es weiter hier. So. Die Haifischrakete ist meine liebste Waffe, denn sie ist Zielsuchen. Und man muss sie einfach nur abfeuern auf dich zum Beispiel. Aber es hat nicht gereicht, um dich aus dem Rennen zu schmeißen. Aber das mache ich jetzt noch. Komm her, komm her. Nein, nein, nein. Dann den. Ja. Ach, du kannst auch versuchen. Ich habe mich selbst... Ja. Aber es ist natürlich geil, wenn man draußen ist, dann noch die anderen Spieler zu ärgern. Macht natürlich Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch. So. Ja, wer war denn das gleich am Anfang hier? Was ein Unverschämtheit. Ja. Warst du das? Nein, ich bin noch weit vorne mit dabei. Ich führe aber noch. Oh nein. Ich habe die meisten Punkte gemacht. Ey, dieser Herrmann. Oh, wer war das denn? Wer hat denn da die Rakete geschossen? Hast du ihn getroffen? Nein, nein, nein. Ich habe niemanden abgeschossen. Nein, ich habe die Leute aus dem Weg geräumt, um es dir einfacher zu machen. Damit die realen Menschen gegen die KI gewinnen können. So. Na gut. In den Kurven sind diese blöden Raketen gar nicht so sinnvoll. Äh, wo bist du eigentlich? Ich glaube, du hast dieses rote Steuerkreuz und kannst noch versuchen. Ach so, stimmt. Ich habe versucht einfach möglichst unauffällig. Ja, dass das keiner merkt. Noch ein bisschen so einen Controller rütteln und so. Und so tun das ja immer noch. Hier fliege ich immer raus, bei dieser blöden Schneekurve hier. Ich bin nicht so der Drifterkönig. So, führe jetzt aber hier immer noch. Dabei habe ich so schöne große Drifttöne gespuckt am Anfang der Sendung. So. Und Heifischkanone. Zack. Hat noch nicht gereicht. Irgendwie muss der noch raus. Wer ist denn hier noch drin? Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe einfach nichts gemacht. Auch nicht schlecht. Das ist eine sehr gute Strategie. Man bleibt dann drinnen, aber es gibt einem natürlich nicht die meisten Punkte. Aber ich sehe, du hast auch schon ein paar Punkte gesammelt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe hier dieses Brutzel-Ding dabei. Ich muss eigentlich verbrutzeln. Ich glaube, ich habe einen erwischt. In diesem Spiel lohnt es sich tatsächlich nicht auf Gas zu drücken und hin und wieder zu bremsen. Vor allem in dieser Schneemap hier. Die ist ja viel schlimmer als die Wüste. Hier fliegt man schon von alleine überall rum. So, wie ich sehe, habe ich ein paar Punkte gesammelt. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück. Und versuche einfach mal... Was ist meine Strategie? Ja, aber sie funktioniert nicht, weil man sofort durch das Eis rausfliegt. Ich schieße einfach mal auf ein paar. Wo sind alle? Keiner hat es geschafft. Man kann auch springen übrigens. Nein. Einfach nur mit A einfach. Das sagst du jetzt? Ja. Guck, dann kann man hier, wenn ich das hier mache, dann hat es mir gar nichts genutzt, weil ich es an der höchsten Stelle gemacht habe. So, wer waren noch mal die sieben? Ich schieße natürlich nicht auf die sieben. Natürlich nicht. Komm, 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 komm. So. Das war leider ich. Was war da? Ich habe das gerade ganz schön aufgeholt. Es tut mir leid. Ich muss natürlich meine Konkurrenz jetzt ein bisschen ausschalten. Ach, bist du Platz eins? Ja, aber du bist Platz zwei. Wir zwei kämpfen jetzt um die Pole Position. Und da ist jetzt natürlich Schluss mit hier Freundschaft und so. Oh, ich bin raus. Mich hat es irgendwie stehen. Oh nein, 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 nein. Der Straßenverkehr hat mich geschafft. Oh nein, 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 nein. Ich habe noch mehr Leute rein. Guck mal, ich tauche gar nicht auf. Du bist Champion und Hermann. Und danach gibst du noch Hermann als nächstes. Obwohl ich auf dem zweiten Platz gelandet bin. Das ist eine Unverschämtheit. Aber wie kommt das denn? Einfach nach den Punkten geht halt. Also der Gewinner geht nach den Punkten und danach kommt einfach eine Auflistung von lustigen Sachen, die andere Leute gemacht haben. Da ist auch manchmal das Mauerblümchen dabei, wo gar nichts geklappt hat und so. Das sind dann die, die einfach noch in der Liste auftauchen. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich dachte vorher, diese Auflistung ist wie bei Singstar, dass je nachdem wie viele Punkte du hast, den Kommentar kriegst du dann noch. Aber Kampfsau heißt wirklich, dass du am meisten gepöbelt hast oder so? Genau, genau. Also nur der erste Platz kriegt quasi Champion und die anderen, je nachdem wie sie sich verhalten haben auch. Da kommt dann irgendwie der Cheater des Todes, wenn du irgendwie dann irgendwie sehr heimlich Sozialverhalten. Genau. Und so. So. Aber ich glaube, wenn wir mehr Leute haben wollen, mehr Spieler, dann müssen wir nochmal ins Hauptmenü zurück. Falls ihr übrigens Fragen an Jan habt, wollen wir das so machen, dass ihr einfach während der Werbung uns was in den Chat schreibt, damit wir nicht aus dem Spiel jetzt raus springen müssen. Und dann lesen wir uns in der Werbung einfach ein paar Fragen durch, speichern die ab und dann können wir die nach der Werbung klären. Ist das cool? Mhm. Super Idee auf jeden Fall. Und wir können ja hier nochmal in die Tropen. Wie wäre es denn mit dem hier? Und ich habe jetzt mal acht Spieler mit reingenommen und wir füllen bis zu sechs Stück mit Bots auf. Und jetzt machen wir ein bisschen Chaos. Und jetzt ein bisschen lieber so Knockout-Ding oder nochmal, wo alle im Rennen drin bleiben. Und das ist jetzt natürlich das Gute an den Knockout ist jetzt hier. Ich fand beides ganz lustig. Knockout hat echt Spaß gemacht. Hier werden es immer weniger. Das ist natürlich bei acht Spielern ganz gut, weil irgendwann nur noch ein paar übrig bleiben in so einer Runde. Aber das Problem ist, da wir sechs KIs haben, nicht, dass dann am Ende wir zwei reellen... Ja, wir können die dann immer abschließen von der Ferne. Aber wir können auch den hier machen. Das wird jetzt halt das Riesenchaos. Aber los geht's, ja. Ach so, ich bin dann wieder hier. Ich habe noch einen Lieblingscharakter, den du vorhin gezeigt hast. Oh ja, dann kannst du immer den nehmen. Wo ist er? Digga! Digga! Wenn du schon nach Hamburg kommst, meintest du, müssen wir den auf jeden Fall anspielen. Dann müssen wir den noch nehmen. Okay, dann bleibe ich ja wenigstens bei Sarge, dass nicht alles neu ist. Und du weißt, auf wen du schießen musst. Obwohl, ich habe bis jetzt ja gar nicht gewonnen, sondern du hast gewonnen. Ich bin ja immer noch ein Foto. Also du weißt ja immer noch, auf wen du... So, guck, jetzt haben wir acht Stück. Guck, jetzt weißt du auch, wo du bist. Und ich bin hier. Sehr gut. Und los geht's. In Schusslinie. So. Na super, jetzt habe ich schon mal keine Waffe abbekommen. Und werde direkt abgeflampt. Oh, das war ich. Entschuldigung. Das ist ein guter Start. Aber du kommst ja wieder rein. So, jetzt ist es wenigstens nicht mehr so rutschig. Dafür ist es natürlich umso wilder. Hey! Ich werde nur geschubst. Es skaliert gerade nur. Ja. Ich brenne. So, ich auch. Aber du kannst dich ja dann hier aufladen wieder an diesen Punkten. Wenn du brennst. So, ich habe mich wieder aufgeladen. Ich brenne nicht mehr. Und jetzt stell dir vor, hier wären 16 Leute. Das wäre... Ja, noch auf so einem dunklen Track, wo alles ein bisschen düster aussieht. Das ist tatsächlich der totale Wahnsinn. Es gibt ja auch noch die Kampagne, wo man das tatsächlich auch üben kann. Also da gibt es dann auch teilweise mit vier Spielern, mit acht Spielern, mit 16 Spielern. Das ist sehr verrückt. So. Los, ich will auch mal vorne sein, geht weg. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Nein! Ich bin runtergefallen. Irgendjemand zielt auf mich. Wieso habe ich denn... Ah, das ist... Das war auf keinen Fall ich. Ach, dieser Totenschädel bedeutet, dass ich mich langsam heilen sollte. Ganz genau. Der Totenschädel ist eher ein Signal für dich, dass du... Oh, mein Schild. Jetzt erst merke ich, dass ich mein Schild richtig einsetzen kann. Okay. So, ich bin hier vorne. Ich schnappe hier mal ein gutes Extra und greife mal ein bisschen an. So. Für wie lange reicht denn mein Schild? In dem Level reicht es relativ lange. Es gibt dann noch Modifikatoren, die man später noch verwenden kann. Da kann man sagen, es gibt nur einmal ein Schild in dem ganzen Spiel. Oder es gibt gar keine Schilder. Man kann das ganze Ding noch ziemlich stark einstellen und ziemlich verrückte Sachen machen. Es gibt auch welche, wo sich die Autos immer abstoßen, wenn sie sich berühren. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon so. Ja. Mag einem so vorkommen. Es gibt welche, wo der ganze Boden quasi Lava ist und man den Boden möglichst nicht berühren darf. Da muss man die ganze Zeit Schilder einsetzen oder springen, damit man wirklich wenig Schaden nimmt. Es gibt noch ziemlich viele sehr gemeine Hardcore-Einstellungen, die man noch machen kann. Jetzt habe ich euch alle weggesprengt. Sehr schön. Eine Unverschämtheit. Aber ich bin zurück und verbrutzel euch jetzt. Oh mein Gott. Das fühlt sich gerade an wie ein Teamfight bei League of Legends. So, wenn du überhaupt. Nee. Du hast mich aber auch gut erwischt hier. Frechheit. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Doch, du bist doch die sieben immer noch, oder? Nee, ich bin die vier. Ach, du bist gar nicht mehr chick. Du bist ja nicht mehr chick, du bist jetzt die vier. Ich bin jetzt Digger. Stimmt. So. Dicken? Aber ich brutzel jetzt Leute an. Wie habt ihr die überhaupt gefunden, die Jungs? Wir haben wirklich so ein bisschen so Scouting gemacht. Wir haben überall geguckt, was es so gibt. Ein paar Leute haben sich bei uns gemeldet. Haben gesagt, hey, ihr unterstützt doch jetzt auch andere Teams. Habt ihr Lust, was mit uns zu machen? Da haben wir uns die Spiele von denen angeguckt. Und andere haben wir halt geguckt und gesagt, hey, guck mal, die haben ein Spiel, aber die haben noch keinen Partner dafür. Wollen wir die nicht fragen, ob die Lust drauf haben, es mit uns zu machen? Ja. Und, ähm. Also wie diese, nicht Headhunter, oder wie heißt das, wenn man versucht... Talentscouts. Talentscouts. Cool, das wollten wir schon immer mal sein. Germany is next. So sieht's aus. Wir haben auch gerne geguckt, ob wir Fotos für die haben oder nicht. Fotos? Wie heißt die? Wie bei Heidi Klum. Ach so, das meinst du. Ich habe leider kein Foto für euch heute. Ich habe heute leider keine CD-Hülle für dich. Genau. Ich habe keinen Screenshot für euch. Das ist gut. Ja, aber das war echt spannend, weil wir eigentlich auch Entwickler sind, wenn wir dann mit anderen Entwicklern reden. Ja, das wäre geil eigentlich. Germany is next developer oder so. Ja. Das wäre eigentlich echt voll cool. Jetzt, wo du es sagst, sollten wir mal drüber nachdenken. Und dann live bei euch auf dem Sender, he? Ja, klar. Und du bist dann Heidi. Bei Rocket Beans. Ich will unbedingt Heidi sein. Wenn ihr mit Heidi seid. Muss dann aber auch so quietschig reden. Muss ich das sein. Das kriege ich hin dann. Also für den Fame werde ich das tun. Also dafür, dass ich mich gerade von der Strecke rauskatapultiert habe, habe ich ziemlich viele Punkte. Ich muss auch echt gerade richtig grinsen. Ja, du bist wieder auf Platz eins. Du kannst reden und spielen. Auch weil Frauen multitaskingfähig sind. Das stimmt tatsächlich gar nicht. Ja, ich habe auch gehört. Eine Studie hat es widerlegt. Ja. Aber der Alltag. Also unsere Studie hier heute scheint es auf jeden Fall zu bestätigen. Wenn ich spiele und rede, kommt nichts dabei raus. Obwohl, jetzt lege ich noch ein paar Minen hier. Vielleicht erwische ich dann einen von euch. Ich bin echt ein ganz, ganz, ganz mieser Spieler, wenn ich nicht. So, komm, jetzt habe ich die Heilfisch-Rakete. Nein, ich habe jetzt immer noch die Minen. Nein, nein, nein. Vorwärts fahren. Vorwärts, vorwärts. Oh, cool. Wir haben es noch geschafft. Ja. Ich brutzel schon wieder hier. Aber ich habe mich geheilt. Ich scheine der Einzige zu sein, der das hier macht. Konfetti für den Ding. Ja. Scheint dein Spiel zu sein. Ist ein gutes Spiel. Schon wieder auf Platz 1. Ich bin auch in der Nähe von Platz 1 gelandet. Auf jeden Fall. Wir drücken schnell weiter. Wir gucken mal, ob du irgendwas anderes in eine andere Kategorie möchtest. Ich bin nirgends vertreten. Aber du. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Gut gemacht. Und ja. Haben wir noch Zeit, noch etwas anderes zu zeigen? Gibt es noch etwas, was du gerne zeigen willst? Kannst du uns für dich fragen, ob wir in die Werbung gehen? Ja, also ich meine, wir haben ein bisschen Überblick bekommen. Es ist chaotisch. Man kann viele Spieler mit reinnehmen. Man kann gut drin sein, wenn man so Spiele mag. Von daher. Ja. Ist jetzt auf Steam draußen. Seit gestern. Seit gestern könnt ihr es euch holen. Kann man sofort holen. Muss man auch natürlich. Denn je mehr Leute online sind, desto mehr Leute können auch gegeneinander spielen. Wenn ich das mit dem Handy mache, muss ich mir das für das Handy dann runterladen? Oder wie funktioniert das? Guck mal, du siehst sogar jetzt, du hast so einen QR-Code da oben. Ah ja. Den kannst du mit deinem Handy scannen. Und dann kannst du direkt mit deinem Handy auf die Seite gehen und dir eine kleine App holen, mit der du dann das steuerst. Ah super cool. Also beziehungsweise als Webseite direkt dir aufrufen. Das heißt, du brauchst eigentlich gar nichts dafür. Und es kostet auch nichts. Das ist ja kein Handyspiel. Das ist nur der Controller, den du einstellst. Ah super. Das heißt, du musst da gar nichts kaufen oder sonst was. Du kannst direkt da einsteigen. Das würde ich ja fast am liebsten ausprobieren. Da kannst du mal ein paar Kollegen mit reinholen. Und dann, ich glaube, ihr habt ja auch ein paar Leute bei euch, die auch spielen. Die auch sowas gerne spielen. Auf jeden Fall. Könnte Sinn machen. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es es jetzt. Gut. Dann machen wir das jetzt so. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung und ihr dürft gerne eure Fragen kurz in den Chat posten oder pöbeln. Das haben wir ja auch gerade gemacht. Oder am besten ihr pöbelt nicht, sondern genießt die Werbung. Viel Spaß. Tschüss.